Guy de Montpassant – Nutzlose Schönheit Kapitel 1 Vor dem Palais wartete die mit zwei prachtvollen Rappen bespannte Kutsche. Es war Ende Juni gegen halb sechs Uhr abends, und zwischen den Dächern der Seitenflügel, die den Ehrenhof umschlossen, strahlte der Himmel klar, warm und heiter herab. Gräfin Masqueré erschien gerade in dem Augenblick auf der Treppe, als ihr Mann, der eben heimkehrte, durch das Tor trat. Er blieb ein paar Sekunden stehen, um seine Frau zu betrachten, und wurde ein wenig bleich. Sie war sehr schön, schlank, und sah vornehm aus mit ihrem länglichen, feinen Gesicht, ihrem goldigen Elfenbeintin, den großen, grauen Augen und dem schwarzen Haar. Ohne ihn anzublicken, stieg sie ein. Sie schien ihn nicht einmal bemerkt zu haben. Sie gab sich so ausgesprochen hochmütig, dass ihm die fürchterliche Eifersucht, die ihn schon so lange quälte, von neuem das Herz zerriss. Er trat heran, grüßte und fragte, »Fährst du aus?« Über ihre verächtlich zuckenden Lippen drangen nur drei Worte. »Wie du siehst?« »In den Bois de Boulogne?« »Wahrscheinlich.« »Dürfte ich dich begleiten?« »Die Kutsche ist ganz die deine.« Ohne sich über den Ton zu wundern, in dem sie antwortete, stieg er ein, setzte sich neben seine Frau und befahl, »In den Bois de Boulogne!« Der Diener schwang sich auf den Sitz neben dem Kutscher und die Pferde scharrten. Die Eheleute saßen Seite an Seite, ohne miteinander zu sprechen. Er suchte nach Worten, aber ihr Gesicht blieb so starr, dass er es nicht wagte, sie anzusprechen. Endlich ließ er wie zufällig seine Hand nach der behandschuten Hand der Gräfin hingleiten und berührte sie. Aber die Bewegung, die sie machte, als sie den Arm zurückzog, war so heftig und so voller Ekel, dass er sich ängstlich zurückhielt, obgleich er sonst etwas Despotisches und Herrisches hatte. Da flüsterte er. »Gabriel?« Sie fragte, ohne den Kopf zu wenden. »Was willst du?« »Du bist wunderschön!« Sie antwortete nicht und blieb mit der Miene einer verletzten Königin regungslos sitzen. Sie fuhren jetzt die Champs-Élysées hinauf zum Arc des Triomphe. Das riesige Bauwerk zeichnete sich mit seinem gewaltigen Bogen am Ende der langen Straße vom roten Horizont ab. Die Sonne schien darauf niederzusteigen und feurigen Staub vom Himmel herabzuschütten. Und ein doppelter Strom von Wagen, deren silberne Beschläge und kristallene Laternen im Abendlicht glänzten, ergoß sich zum Bois du Boulogne hinaus und zur Stadt zurück. Meine liebe Gabrielle, nun konnte sie sich nicht mehr zurückhalten und sagte mit zorniger Stimme, »Bitte lass mich in Ruhe! Jetzt kann ich nicht mal mehr in meinem Wagen allein sein!« Er tat, als hätte er nicht gehört und fuhr fort, »Du hast nie schöner ausgesehen als heute.« Sie war mit ihrer Geduld zu Ende und antwortete mit hervorbrechender Wut, »Das hat gar keinen Zweck, dass dir das jetzt auffällt, denn ich schwöre dir, dass ich dir nicht mehr zu Willen sein werde!« Er war ganz erschrocken und verstört. Seine aufbrausende Art ging mit ihm durch und er rief ein, »Was soll das bedeuten?« das mehr den brutalen Herrn und Meister verrät als den liebevollen Gatten. Sie antwortete leise, obgleich die Bediensteten auf dem Bock bei dem ohrenbetäubenden Rädergerassel nichts hören konnten. »Was das bedeuten soll?« »Was das bedeuten soll?« »Soll ich es dir wirklich sagen?« »Ja!« »Soll ich dir das alles sagen?« »Ja!« »Alles, alles, was ich auf dem Herzen habe, seitdem ich das Opfer deines brutalen Egoismus geworden bin?« Er war rot geworden vor Staunen und Erregung und brummte mit zusammengekniffenen Zähnen. »Also sprich!« Er war hochgewachsen, breitschulterig, mit langem, rötigen Bart. Ein schöner Mann, ein Gentleman und ein Herr der Gesellschaft, der als tadelloser Ehegatte und ausgezeichneter Vater galt. Zum ersten Mal, seitdem sie das Palais verlassen hatten, wandte sie sich ihm zu und sah ihm ins Gesicht. »Du wirst aber unangenehme Dinge zu hören bekommen. Ich will dir nur sagen, mach dich auf alles gefasst. Ich habe vor nichts Angst, am allerwenigsten vor dir.« Er sah ihr in die Augen und schon packte ihn die Wut. Er brummte. »Du bist verrückt!« »Nein, aber ich will diese fürchterliche Qual, die ich seit elf Jahren erdulde, nicht mehr ertragen. Immer wieder Mutter zu werden. Ich will endlich in der Gesellschaft leben. Das ist mein Recht, wie das aller Frauen!« Er wurde plötzlich blass und stammelte. »Ich verstehe dich nicht!« »Doch, du verstehst mich sehr wohl. Vor einem Vierteljahr habe ich mein letztes Kind bekommen. Und da ich noch schön und trotz deiner Bemühungen nicht umzubringen bin, wie du eben bemerkt hast, als du mich auf der Treppe saßt, so findest du es an der Zeit, dass ich wieder schwanger werde.« »Du redest Unsinn!« »Nein, ich bin 30 Jahre alt und habe sieben Kinder. Wir sind elf Jahre verheiratet und du hoffst, dass das noch zehn Jahre so weitergehen soll. Dann wirst du allerdings nicht mehr eifersüchtig sein.« Er nahm ihren Arm und umklammerte ihn. »Ich verbiete dir, so zu reden!« »Und ich werde nicht eher aufhören, bis ich alles losgeworden bin, was ich dir zu sagen habe. Und wenn du mich daran hindern willst, werde ich so laut sprechen, dass die beiden auf dem Bock mich hören. Ich habe dich nur deswegen einsteigen lassen, denn hier habe ich Zeugen, die dich zwingen, zuzuhören und Haltung zu bewahren. Also hör zu!« »Du bist mir immer unsympathisch gewesen und ich habe es dir immer gezeigt. Ich habe dir nie etwas vorgemacht. Du hast mich gegen meinen Wunsch geheiratet und meine Eltern dazu genötigt, mich dir zu geben, obwohl dein Reichtum sie verlegen machte. Sie haben mich gezwungen und ich fand nur Tränen. Du hast mich also gekauft und sobald ich in deiner Gewalt war, sobald ich deine Gefährtin geworden bin, die bereit war, sich zu binden, bereit, deine Einschüchterungsversuche zu vergessen und mich nur daran zu erinnern, dass ich eine treue Frau sein und dich lieben sollte. Soweit es mir möglich ist, bist du eifersüchtig geworden wie noch nie ein Mann. Die Eifersucht eines Spions, eine niedrige, unanständige Eifersucht, entwürdigend für dich und beleidigend für mich. Wir waren noch nicht acht Monate verheiratet, als du mich aller Gemeinheiten bezichtigt hast. Du hast es mir sogar zu verstehen gegeben. Was für eine Schande! Und da du es nicht verhindern konntest, dass ich schön war und gefiel, dass man mich in den Salons und auch in den Zeitungen eine der hübschesten Frauen von Paris nannte, hast du alles versucht, um jegliche Golanterie von mir fernzuhalten und bist auf jene niederträchtige Idee gekommen, mein Leben zu einer einzigen, endlosen Schwangerschaft zu machen, bis ich keinem Mann mehr gefiele. Leugne es nicht! Ich habe es lang nicht eingesehen, aber jetzt habe ich verstanden. Du hast dich dessen sogar vor deiner Schwester gerühmt, die mir es erzählt hat, denn sie hat mich gern und ist empört über dein grobes Verhalten. Erinnerst du dich an unsere Zänkereien, an die aufgebrochenen Türen? Du hast mich seit elf Jahren zum Dasein einer Mutterstute im Gestüt gezwungen. Sobald ich dann in anderen Umständen war, ekeltest du dich vor mir und ich habe dich monatelang nicht mehr gesehen. Ich wurde aufs Land geschickt, auf den Familiensitz, auf die Wiesen, auf die Weide, um dort mein Kind zu bekommen. Und wenn ich frisch und hübsch unzerstörbar, immer noch verführerisch, immer noch von Verehrern umgeben, wieder erschien, in der Hoffnung, dass ich nun endlich wie eine junge, reiche Frau von Stand leben könnte, dann packte dich von Neuem die Eifersucht. Du begannst mich wieder mit dem niedrigen, grässlichen Wunsch zu verfolgen, der dich in diesem Augenblick hier an meiner Seite quält. Nicht mit dem Wunsch, mich zu besitzen, dagegen hätte ich mich nicht gewehrt, sondern mit dem Wunsch, meine Schönheit zu zerstören. Und dann ist etwas so Niederträchtiges und Unglaubliches eingetreten, dass ich lange Zeit gebraucht habe, um dahinter zu kommen. Aber jetzt verstehe ich deine Handlungs- und Denkweise. Du hast deine Kinder ins Herz geschlossen aus Dank für all die Ruhe, die sie dir gegeben haben, als ich sie unter dem Herzen trug. Du hast Liebe für sie geheuchelt, bei all der Abneigung, die du gegen mich empfandest, bei all der unedlen Furcht, die für den Augenblick wieder gebannt war und in der Freude, mich in anderen Umständen zu sehen. Oh, wie oft habe ich diese Freude in dir verspürt, in deinen Augen gelesen, erraten. Du liebst deine Kinder wie einen Sieg, aber nicht wie dein Blut. Einen Sieg über mich, meine Jugend, meine Schönheit, meinen Reiz, über die Komplimente, die man mir machte und die man in meiner Nähe flüsterte, ohne sie an mich zu richten. Und du bist stolz darauf. Du brüstest dich mit den Kindern, fährst sie im Break im Bois de Boulogne spazieren, lässt sie Esel reiten in Montmorency, du führst sie in die Martinien ins Theater, damit man dich mit ihnen sieht, damit man nur immerfort sagen soll, das ist aber ein guter Vater. Er hatte mit wilder Wut ihr Handgelenk ergriffen und drückte es so heftig, dass sie verstummte und vor Schmerz nicht weitersprechen konnte. Er sprach ganz leise. Ich liebe meine Kinder, hörst du? Was du mir da eben gesagt hast, ist schmachvoll für eine Mutter. Aber du gehörst mir, ich bin der Herr, dein Herr. Ich kann von dir verlangen, was ich will, wann ich es will und habe das Gesetz auf meiner Seite. Er drückte ihre Finger, indem er sie mit seiner großen, muskulösen Hand wie mit einer Zange umschloss. Sie war bleich vor Schmerz und bemühte sich vergeblich, ihre Hand aus der Umklammerung zu ziehen. Sie war außer Atem vor Schmerz, Tränen traten ihr in die Augen. Du siehst wohl, ich bin der Herr, sagte er. Ich bin der Stärkere. Der Druck ließ etwas nach. Sie sagte, hältst du mich für fromm? Er stammelte erstaunt. Gewiss, meinst du, dass ich an Gott glaube? Gewiss. Meinst du, dass ich lügen könnte, wenn ich vor einem Altar, auf dem der Leib des Herrn steht, etwas schwöre? Nein. Willst du mit mir in die Kirche kommen? Wozu? Du wirst schon sehen. Willst du? Wenn es sein muss, ja. Und sie befahl laut, Philippe! Der Kutscher neigte etwas den Kopf, ohne die Pferde aus den Augen zu lassen, als wandte er nur das Ohr der Herrin zu. Und sie rief, fahren Sie zur Kirche Saint-Philippe du Roule. Und die Kutsche, die eben an den Rand des Bois de Bologna gekommen war, kehrte nach Paris zurück. Während der Fahrt wechselten Mann und Frau kein Wort. Als dann der Wagen vor der Kirche hielt, sprang die Gräfin heraus und der Graf folgte ein paar Schritte hinter ihr. Ohne innezuhalten, ging sie bis an das Gitter vor dem Chor, ließ sich auf einer Bank in die Knie fallen, barg das Gesicht in den Händen und begann zu beten. Sie betete lange und er, der hinter ihr stand, gewahrte endlich, dass sie weinte. Sie weinte lautlos, wie Frauen bei großem Leid weinen. Über ihren Körper liefen wellenartige Zuckungen, die sich in leisem, versteckten, in den Fingern erstickten Schluchzen lösten. Aber Graf Maskaré fand, dass die Sache zu lange dauerte und legte die Hand auf ihre Schulter. Unter der Berührung zuckte sie zusammen, als habe sie sich verbrannt. Sie erhob sich und sah ihm fest in die Augen. Jetzt höre zu, was ich dir zu sagen habe. Ich fürchte mich vor nichts. Tu, was du willst, wenn du willst, töte mich. Eines deiner Kinder, ein einziges, ist nicht von dir. Das schwöre ich vor Gott, der mich hört. Das war die einzige Rache, die ich an dir üben konnte, gegen deine niederträchtige männliche Tyrannei, gegen diese Sträflingsarbeit, zu der du mich gezwungen hast. Wer mein Liebhaber gewesen ist, wirst du nie erfahren. Du wirst jeden in Verdacht haben. Du wirst ihn nie entdecken. Ich habe mich ihm ohne Liebe, ohne dass er mir sympathisch gewesen wäre, hingegeben, nur um dich zu betrügen. Und auch er hat mich geschwängert. Welches sein Kind ist, wirst du nie erfahren. Ich habe sieben, also nun suche doch. Ich wollte dir das später sagen, viel später, denn man hat sich an einem Mann, wenn man ihn betrügt, erst dann gericht, wenn er es weiß. Du hast mich gezwungen, es heute zu beichten. So, ich bin jetzt fertig. Und sie floh durch die Kirche zum offenen Portal, in der Erwartung, hinter sich den eiligen Schritt des herausgeforderten Mannes zu vernehmen und unter dem tödlichen Schlag seiner Faust auf dem Pflaster zusammenzubrechen. Aber sie hörte nichts und stieg entsetzt und zitternd vor Angst mit einem Sprung in den Wagen und rief dem Kutscher zu, nach Hause! In scharfem Trab fuhren die Pferde davon. Kapitel 2 Gräfin Maskaré erwartete, in ihrem Zimmer eingeschlossen, die Essensstunde, wie ein zu Tode Verurteilter, der Hinrichtung entgegensieht. Was würde er tun? War er heimgekehrt? Er, der Tyrann, der jezornige Mann, der zu jeder Gewalttat fähig war, was hatte er sich ausgedacht, was vorbereitet, was beschlossen? Nichts regte sich im ganzen Haus, und sie sah ständig nach dem Zeiger der Kaminuhr. Die Zofe war zum Umkleiden gekommen, jetzt war sie wieder fort. Es schlug acht, und unmittelbar darauf klopfte es zweimal an der Tür. Herein? Der Diener erschien und meldete, es ist angerichtet, Frau Gräfin. Ist der Herr Graf nach Hause gekommen? Jawohl, Frau Gräfin, der Herr Graf ist im Esszimmer. Ein paar Augenblicke dachte sie daran, sich mit einem kleinen Revolver zu bewaffnen, den sie einige Zeit vorher in Voraussicht des Dramas, das sich abzeichnete, gekauft hatte. Aber ihr fiel ein, dass alle Kinder da sein würden und sie nahmen nur das Riechsalz mit. Als sie ins Esszimmer trat, stand ihr Mann an seinem Stuhl und wartete. Sie wechselten einen flüchtigen Gruß und nahmen Platz. Dann setzten sich auch die Kinder. Die drei Söhne mit ihrem Erzieher dem Abbé Martin rechts von der Mutter die drei Mädchen mit der englischen Gouvernante Miss Smith links. Das jüngste Kind erst drei Monate alt war mit der Amme auf seinem Zimmer. Die drei blonden Mädchen, von denen das älteste zehn Jahre alt war, trugen blaue Kleider mit kleinen weißen Spitzensäumen und sahen wie reizende kleine Püppchen aus. Die jüngste von ihnen war noch nicht drei Jahre alt. Alle waren hübsch und versprachen schön zu werden, wie die Mutter. Die drei Söhne zwei mit kastanienfarbigem Haar und der älteste neun Jahre alt mit braunem Haar sahen aus, als würden sein, Blutes. Der Abbe sprach wie immer, wenn keine Gäste da waren, ein Gebet. Denn wenn sie jemand eingeladen hatten, erschienen die Kinder nicht bei Tisch. Dann setzten sie sich wieder. Die Gräfin fühlte eine so übermächtige innere Bewegung, wie sie es nie für möglich gehalten hätte. Sie saß da mit niedergeschlagenen Augen, während der Graf ab und zu die drei die ängstlich von einem zum anderen wanderten. Als er es absetzte, zersprang plötzlich sein Glas und der rote Wein lief über das Tisch durch. Bei dem ganz leisen Geräusch, das dieses Missgeschick hervorrief, schrak die Gräfin so zusammen, dass sie fast von ihrem Stuhl hochgefahren wäre. Zum ersten Mal blickten sie sich an und nun kreuzten sich ihre Blicke gegen ihren Willen und trotz des körperlichen und seelischen Leides, das dadurch entstand wie zwei Klingen beim Duell. Der Abä fühlte, dass irgendeine Unstimmigkeit, deren Grund er nicht ahnte, in der Luft lag und versuchte eine Unterhaltung in Gang zu bringen. Er schnitt verschiedene Themen an, ohne dass seine Bestrebungen einen Gedanken oder ein Wort hervorzulocken vermochten. Die Gräfin versuchte mit weiblichem Zartgefühl ihrer Erziehung als Dame von Welt folgend zwei oder dreimal zu antworten, vergeblich. In der Aufgewühltheit ihrer Seele fand sie keine Worte und ihre Stimme machte ihr im Schweigen des großen Raumes, in dem nur leises Gläser und Silber klären zu hören war, fast Angst. Plötzlich beugte sich ihr Mann vor und sagte, schwörst du mir hier mitten unter deinen Kindern, dass das, was du mir gesagt hast, wahr ist. Die Wut, die durch ihre Adern lief, packte sie plötzlich und sie antwortete mit derselben Heftigkeit. Sie blickte ihn fest an, hob beide Hände, die rechte gegen die Stirn ihrer Söhne, die linke zur Stirn ihrer Töchter und dann sagte sie, ohne zu zucken, entschlossen und fest, ich schwöre dir bei den Häuptern Wahrheit gesagt habe. Er erhob sich, schleuderte mit einer verzweifelten Gebärde, die Serviette auf den Tisch, fuhr herum, dass sein Stuhl gegen die Wand flog und verließ ohne ein Wort das Zimmer. Nach einem langen Seufzen sagte sie wie nach einem ersten Sieg mit ruhiger Stimme, Achtet nicht darauf, meine lieben Kinder, Papa hat heute einen großen Kummer erlebt und er ist noch immer sehr traurig. In ein paar Tagen wird es vorbei sein. Dann sprach sie mit dem Abbe und mit Miss Smith und sagte allen ihren Kindern zärtliche liebe Worte, kleine Schmeichelein, wie Kinderherzen sie lieben und eine Mutter sie zu sagen versteht. Als das Essen beendet war, ging sie mit der ganzen Familie in den Salon hinüber. Sie ließ sich von den Ältesten erzählen und erzählte den kleinen Geschichten. Als dann die allgemeine Schlafenstunde gekommen war, herzte sie sie lange, schickte sie zu Bett und suchte allein ihr Zimmer auf. Sie wartete, sie zweifelte nicht daran, dass er kommen würde. Wie nun ihre Kinder von ihr fern waren, entschloss sie sich, ihren Körper ebenso zu verteidigen, wie sie ihre Existenz als Dame der Gesellschaft verteidigt hatte. Und sie versteckte im Kleid den geladenen kleinen Revolver, den sie ein paar Tage vorher gekauft hatte. Die Stunden gingen vorüber. Die Uhr schlug. Jedes Geräusch im Haus war erstorben, nur von der fernen Straße herauftönte, durch die Mauern gedämpft, das Rollen der Wagen. Sie wartete entschlossen nervös, aber jetzt ohne Furcht vor ihm, zu allem bereit, fast unter der er sein ganzes Leben hindurch leiden würde. Aber der erste Lichtstrahl glitt unter den Fransen der herabgelassenen Vorhänge durch, ohne dass ihr Mann erschienen wäre. Da sah sie ganz erstaunt ein, dass er nicht kommen würde. Und nachdem sie ihre Türe verschlossen und noch dazu den Riegel vorgeschoben hatte, den sie hatte anbringen lassen, legte sie sich endlich zu Bett und blieb mit offenen Augen nachsinnend liegen, ohne zu begreifen, was da vor sich ging und was er tun würde. Als die Zofe ihr den Tee brachte, übergab sie ihr einen Brief ihres Mannes. Er teilte ihr mit, er würde eine lange Reise antreten und eine Nachschrift enthielt die Notiz, dass sein Notar ihr alle für ihren Unterhalt notwendigen Summen anweisen werde. Kapitel 3 Es war in der Oper im Zwischenakt von Robert der Teufel. Im Parkett standen die Herren den Hut auf dem Kopf, man sah die weißen Hemdenbrüste leuchten, auf denen das Gold und die Steine der Knöpfe blitzten. Sie blickten hinauf zu den Logen, in denen die Damen in ihren ausgeschnittenen Kleidern saßen, mit Diamanten und Perlen geschmückt, unter dieser großen, erleuchteten Kuppel, in der die Schönheit der Gesichter und das Schimmern der Schultern sich zu entfalten schienen für die Blicke, die vor dem Hintergrund der Musik oder im Summen der menschlichen Stimmen hinaufgesendet wurden. Zwei Freunde standen nebeneinander den Rücken zum Orchester, unterhielten sich und betrachteten durch die Operngläser diese ganze Ansammlung von Eleganz, diese zur Schaustellung von echtem oder falschem Liebreiz von Edelsteinen, Luxus und Blasiertheit, die da im Halbrund des großen Theaters zu sehen war. Einer der beiden, Roger de Salin, sagte zu seinem Freund Bernard Grande, sieh nun mal da, die Gräfin Masqueray, wie schön sie noch immer ist. Der andere betrachtete nun durch sein Glas eine stattliche Frau in einer Mittelloge, die noch sehr jung schien und deren auffallende Schönheit, die Blicke von allen Ecken des Theaters auf sich lenkte. Ihr bleicher elfenbeinfarbener Teint gab ihr das Aussehen einer Statue, während in ihrem Haar schwarz wie die Nacht ein schmales, regenbogenförmiges, von brillanten übersähtes Diadem glitzerte, wie die Milchstraße am Himmel. Als Bernard Grande sie einige Zeit angesehen hatte, antwortete er in überzeugtem Ton, sie ist wunderschön, wie alt kann sie etwa sein? Warte mal, das kann ich dir genau sagen, ich kenne sie von Jugend an, ich habe ihren Eintritt in die Gesellschaft erlebt, sie ist 36, nicht möglich, ganz sicher, sie sieht doch aus wie 25, und doch hat sie sieben Kinder gehabt, das ist nicht möglich, sie leben sogar alle sieben, und sie ist eine ausgezeichnete Mutter, ich verkehre dort, es ist ein sehr nettes Haus, ruhig und vernünftig, sie löst das Problem, trotz aller gesellschaftlichen Pflichten Mutter zu sein, das ist eigen, hat man über sie nie geredet? Wie? Nun, und ihr Mann? Der ist sonderbar, nicht wahr? Ja und nein, es hat vielleicht zwischen ihnen ein kleines Drama stattgefunden, eines jener Ehedramen, die man nur so erahnt, aber von denen man nicht Bestimmtes weiß, wenn man es auch erahnen kann. Was ist denn passiert? Ja, ich weiß nicht recht, Masqueray ist heute ein Lebemann, früher war er ein vorzüglicher Gatte. Solange er ein guter Ehemann war, hatte er einen grässlichen Charakter, heftig, unangenehm, seitdem er sich gehen lässt, ist er sehr gleichgültig geworden, aber es ist, als quälte ihn irgendetwas, als hätte er irgendeinen Kummer, als nagte etwas an ihm. Er altert zusehends. So philosophierten die beiden Freunde einige Minuten hindurch, über den geheimen Kummer, von dem man nichts wusste, den die Verschiedenheit der Charaktere oder vielleicht eine physische Abneigung, von der man zuerst nichts ahnte, über eine Ehe bringen konnte. Roger de Salin, der unausgesetzt die Gräfin Masqueray mit dem Glas beobachtete, fuhr fort. Man sollte es nicht glauben, dass die Frau sieben Kinder gehabt hat. Jawohl, und zwar in elf Jahren. Dann hat sie, als sie 30 Jahre alt war, die Periode ihrer Mutterschaft beendet, um eine Dame der Gesellschaft zu werden, und das wird sie noch lange bleiben. Die armen Frauen. Warum beklagst du sie? Warum? Ach, lieber Freund, denke doch nur mal. Elf Jahre lang ständig schwanger, für eine Frau wie die da, das muss ja reine Hölle sein. Das bedeutet, alle Jugend, alle Schönheit, alle scheußlichen Gesetz zu opfern, Mutter zu werden, das aus der normalen Frau eine einfache Brutmaschine macht. Ja, so ist nun einmal die Natur. Jawohl, aber ich behaupte, die Natur ist unsere Feindin. Wir müssen immer gegen die Natur kämpfen, denn sie führt uns immer zum Tier zurück. Alles, was angenehm, hübsch, elegant, schön ist auf dieser Erde, hat nicht Gott gemacht, sondern der Mensch, das menschliche Gehirn. Wir haben in die Schöpfung etwas Anmut, Schönheit, wundersamen und geheimnisvollen Reiz hineingelegt, indem wir sie besingen, sie deuten, sie dichterisch verherrlichen, sie künstlerisch darstellen, sie wissenschaftlich erklären und, obgleich wir uns oft irren, doch in allen Phänomenen die tieferen Ursachen entdecken. Gott hat nur grobe Lebewesen geschaffen, voll Krankheitskeimen, die nach ein paar Jahren tierischen Aufblühens alt werden und krank, mit aller Hässlichkeit und allem Jammer menschlicher Hinfälligkeit behaftet. Er hat sie, wie es scheint, nur geschaffen, damit sie sich auf schmutzige Weise fortpflanzen und dann sterben, wie eine Eintagsfliege an einem Sommerabend. Ich habe gesagt, um sich auf schmutzige Weise fortzupflanzen und dabei bleibe ich. Was gibt es in der Tat niedrigeres, abstoßenderes, als diesen lächerlichen Akt, sein Geschlecht fortzupflanzen, gegen den alle empfindsamen Seelen sich immer empören werden? Wenn alle Organe, die dieser geizige, übelwollende Schöpfer erfunden hat, nur zwei Endziele haben, warum hat er denn nicht andere gewählt, die weniger schmutzig und beschmutzend sind, um ihnen diese heilige Mission anzuvertrauen, das Schönste und Erhabenste, was der Mensch tun kann? Der Mund, der den Körper mit irdischer Nahrung speist, verbreitet auch Worte und Gedanken. Das Fleisch lebt durch ihn und durch ihn werden die Gedanken kundgetan. Die Luft, die wir zum Leben in die Lungen saugen, teilt unserem Gehirn auch alle Düfte dieser Welt mit, den Geruch der Blumen, der Wälder, der Bäume, des Meeres. Das Ohr, das uns das Verstehen zwischen gleichen Wesen ermöglicht, hat uns zugleich erlaubt, die Musik zu erfinden, Träume hervorzuzaubern, das Glück und den Gedanken an die Ewigkeit zu vermitteln und durch die Töne sogar ein körperliches Wohlgefühl zu erleben. Aber es ist, als hätte die stets freche und zynische Natur den Menschen daran hindern wollen, seine Beziehungen zur Frau je zu verschönern, zu idealisieren, zu adeln. Doch der Mensch hat die Liebe erfunden. Keine schlechte Antwort für den höhnischen Gott. Und er hat sie so mit Poesie umwoben, dass die Frau oft vergisst, zu welchen Berührungen sie gezwungen ist. Die unter uns, die sich durch falsche Begeisterung nicht darüber hinwegtäuschen können, haben das Laster erfunden und raffinierte Ausschweifungen. Wieder eine Art, Gott zu überlisten und der Schönheit zu huldigen, eine schamlose Huldigung. Aber der gewöhnliche Mensch setzt Kinder in die Welt wie ein durch die Gesetze der Natur dazu gezwungenes Tier. Sieh diese Frau an! Ist es nicht scheußlich zu denken, dass dieses reizende Kleinod, diese Perle, die dazu geboren ist, schön zu sein, bewundert, gefeiert und angebetet zu werden, elf Jahre ihres Lebens damit verbracht hat, dem Grafen Masqueré Erben zu schenken? Bernard Grandin sagte lächelnd, du hast wohl mit vielem Recht, aber nur wenige Menschen würden diese Gedanken verstehen. Salin wurde lebhafter, weißt du, wie ich mir Gott denke, wie eine gewaltige schöpferische Kraft, die wir alle nicht kennen und die in den Weltenraum Milliarden von Lebewesen seht, wie ein gewaltiger Fisch im Meer leicht. Er schafft, weil das sein Beruf als Gott ist, aber er weiß nicht, was er tut, er ahnt nicht, was aus all den in die Welt gestreuten keimen wird. Die Fähigkeit des Menschen zu denken, ist ein kleines Spiel des Zufalls, ein lokales, vorübergehendes, unvorhergesehenes Ereignis, dazu verdammt, mit der Erde zu verschwinden, um vielleicht hier oder andernorts von Neuem zu beginnen, ebenso oder anders mit neuen Kombinationen in ewiger Wiederholung. Wir verdanken diesem kleinen Geschehnis, dass es uns auf der Erde nicht sehr gut geht, auf der Erde, die nicht für uns gemacht ist, die gar nicht dazu gemacht war, uns aufzunehmen, zu bewirten, zu nähern und denkende Menschen zu befriedigen. Und wir verdanken ihm auch, dass wir unausgesetzt gegen das, was man die göttliche Vorsehung nennt, kämpfen müssen, wenn wir wirklich zivilisierte Menschen sein wollen. Grandin hörte aufmerksam zu. Er kannte längst die seltsamen Ideen, die des Freundes Fantasie hervorbrachte und fragte, Du meinst also, dass das menschliche Denken ein spontanes Produkt der blinden, göttlichen Schaffenskraft sei? Allerdings eine zufällige Funktion des Nervenzentrums in unserem Gehirn genauso unvorhergesehen, wie wenn etwa durch neue Mischungen chemische Reaktionen entstehen, genauso wie die Erzeugung von Elektrizität durch Berührung oder plötzliches Aufeinandertreffen von Gegenständen, kurz wie alle Phänomene, die durch unendliche Durchmischung und Fruchtbarkeit der Lebensmaterie hervorgebracht werden. Aber lieber Freund, die Sache ist jedem klar, der mit offenen Augen um sich blickt, wenn das menschliche Denken durch einen bewussten Schöpfer hervorgebracht wurde und tatsächlich so aussehen sollte, wie es aussieht, so anders als die Gedanken der Tiere, immer erregt, gequält, Forderungen aufstellend, suchend, wäre dann die Schöpfung, um das Wesen zu empfangen, das wir heute sind, heute jener ungemütliche kleine Tierpark geworden? Jenes Salatbeet, jener Gemüsegarten, kugelförmig und felsig, zu dem eure Vorsehung uns bestimmt hatte? Müssten wir dann wirklich nackt in Höhlen oder unter Bäumen leben, vom Fleisch getöteter Tiere, von dem unserer Brüder, oder von rohen Feldfrüchten, die bei Sonnenschein und Regen gewachsen sind? Man braucht nur einen Augenblick lang nachzudenken, um zur Erkenntnis zu gelangen, dass diese Welt gar nicht für Wesen wie uns geschaffen worden ist. Betrachte die Erde, wie Gott sie denen geschenkt hat, die darauf wohnen. Ist sie nicht offensichtlich ganz allein für Tiere geschaffen, bepflanzt und bewaldet? Was ist für uns da? Nichts. Und für sie alles. Höhlen, Bäume, Blätter, Quellen, Lager für die Nacht, Speis und Trank. Und empfindsame Menschen wie ich befinden sich infolgedessen auf der Erde nie wohl. Nur die, die wie die Tiere leben, sind zufrieden und glücklich. Aber die anderen, die Dichter, die Feinbeseiteten, die Träumer, die Suchenden, arme Menschen. Ich esse Kohl und Karotten, Zwiebel, Rüben und Radieschen, weil wir nun einmal dazu gezwungen sind, uns daran zu gewöhnen, sogar Geschmack daran zu finden und weil nichts anderes wächst. Aber das ist doch Nahrung für Kaninchen und Ziegen, wie Gras und Klee Nahrung für Pferd und Kuh sind. Wenn ich die Ehren anblicke auf einem reifen Feld, zweifle ich nicht daran, dass sie gewachsen sind für die Schnebel der Spatzen und Lärchen, aber nicht für meinen Mund. Wenn ich Brot kaue, stehle ich es also den Vögeln, wie ich den Fuchs und das Wiesel bestehle, wenn ich Hühner esse, Schnäpfen, Tauben und Rebhühner. Ist das alles nicht die natürliche Beute des Habichts? Sind nicht Schaf, Reh und Ochse eher als Nahrung der wilden Bestien gedacht, als um uns, als saftiger Braten mit Trüffeln, die eigens für uns von Schweinen gesucht worden sind, serviert zu werden? Nein, mein Lieber, die Tiere brauchen nichts zu tun, um hier auf der Erde zu leben. Sie sind zu Hause, sie wohnen in ihrer Wohnung, sie werden genähert, sie brauchen sich nur zu ernähren, zu jagen, sich je nach ihrem Instinkt gegenseitig aufzufressen, denn Gott hat nie an milde und kultivierte Sitten gedacht. Er hat nur den Tod der Wesen vorhergesehen, die sich hier gegenseitig anfallen und verzehren. Wir Armen aber, wir brauchen Arbeit, Anstrengung, Geduld, Erfahrung, Fantasie, Fleiß, Talent, Genie, um diesen wurzelbewachsenen, steinigen Boden nur annähernd bewohnbar zu machen. Denke doch daran, was wir trotz der Natur ja gegen die Natur gearbeitet haben, um uns hier einzurichten, auf sehr bescheidene Weise, kaum reinlich, kaum komfortabel, kaum elegant, unser nicht würdig. Und je zivilisierter, je intelligenter, je raffinierter wir sind, desto mehr müssen wir den tierischen Instinkt, der in uns den Willen Gottes darstellt, bekämpfen. Denke nur, wir haben die ganze Zivilisation erfinden müssen, die so viele und vielfältige Dinge umfasst, von den Strümpfen bis zum Telefon. Denke an das, was du täglich siehst, an all das, was uns auf alle mögliche Weise dient. Um unser viehisches Dasein erträglich zu machen, haben wir alles Mögliche erfunden und fabriziert, von den Häusern bis zu ausgesuchten Speisen, Soßen, Bonbons, Pasteten, Getränken, Likören, Stoffen, Kleidungsstücken, Schmuck, Betten, Matratzen, Wagen, Eisenbahnen und zahllosen Maschinen. Dazu haben wir die Wissenschaften und die Künste, die Schrift und die Verse erfunden. Ja, wir haben die Künste, die Poesie, die Musik, die Malerei geschaffen. Jede Idee, jede Raffinesse kommt von uns und auch alles Schöne im Leben. Die Garderoben der Frauen und das Talent der Männer, alles, was uns endlich ein kleines bisschen wohlgetan hat, indem es das einfache Fortpflanzungsdasein, für das allein uns die göttliche Vorsehung geschaffen hat, etwas weniger hart und monoton machte. Zieh dieses Theater an, Bedeutet es nicht eine ganz von uns geschaffene Welt, von der die göttliche Vorsehung nichts wusste, die nur unser Verstand fassen kann, eine köstliche Zerstreuung, sinnlich, intelligent, nur für das und von dem kleinen, unzufriedenen, unruhigen Tierchen erfunden, das wir sind? Sieh diese Frau an, die Gräfin Maskaré. Gott hat sie geschaffen, um nackt oder in Tierfälle gekleidet in einer Grotte zu leben. Ist es so nicht besser? Aber weiß man bei alledem, warum ihr rüder Kerl von Mann, der eine solche Frau besaß, und vor allem, nachdem er brutal genug war, sie siebenmal zu schwängern, sie plötzlich vernachlässigt und dirnen nachläuft? Grotte antwortete, Ja, lieber Freund, es wird wohl einen Grund haben. Er hat wahrscheinlich entdeckt, dass wenn er zu Hause schliefe, ihm die Geschichte zu teuer würde und durch häusliche Sparsamkeit ist er auf dieselben Grundsätze gekommen wie du als Philosoph. Es ertönten drei Paukenschläge zum Beginn des letzten Aktes. Die beiden Freunde drehten sich um, nahmen die Hüte ab und setzten sich. Kapitel 4 Graf und Gräfin Maskeré saßen schweigend Seite an Seite im Coupé, dass sie nach der Vorstellung in der Oper nach Hause fuhr. Plötzlich sagte der Mann zu seiner Frau, Gabriel, was willst du? Findest du nicht, dass das lange genug gedauert hat? Was denn? Die furchtbare Qual, zu der du mich seit sechs Jahren verdammt hast. Ja, ich kann doch nichts dafür. Sag mir, welches Kind es ist. Niemals. Denk doch nur, ich kann ja meine Kinder nicht mehr ansehen, sie nicht mehr um mich wissen, ohne dass der Zweifel mir das Herz zerreißt. Sage mir, welches, und ich schwöre dir, dass ich verzeihen und es genauso behandeln will wie die anderen. Dazu habe ich kein Recht. Siehst du denn nicht, dass ich dieses Leben nicht mehr ertragen kann, dass dieser Gedanke und diese Frage mich zugrunde richten, diese Frage, die ich mir ständig stelle, die mich jedes Mal quält, wenn ich sie ansehe, ich werde noch verrückt dabei. Sie sagte, hast du denn sehr gelitten? Fürchterlich! Wie hätte ich denn den Schrecken eines Lebens an deiner Seite akzeptiert und den noch größeren Schrecken zu fühlen, zu wissen, dass unter den Kindern eines ist, das mich daran hindert, die anderen zu lieben? Und ich weiß nicht, welches! Sie wiederholte, also hast du wirklich sehr gelitten. Er antwortete wieder im selben schmerzlichen Ton, aber ich sage dir doch, dass jeder Tag eine furchtbare Qual für mich ist. Ich wäre nicht wiedergekommen, in diesem Haus geblieben, bei dir, bei den Kindern, wenn ich euch nicht liebte. Du hast dich schrecklich benommen gegen mich. Meine Kinder sind mein einziges Glück, das weißt du. Ich war für sie ein Vater, wie er im Buche steht, und dir gegenüber war ich ein vorbildlicher Ehemann. Denn ich bleibe ein einfacher, natürlicher und traditionsbewusster Mensch. Ja, ich gestehe, du hast mich furchtbar eifersüchtig gemacht, weil du eine Frau von einem anderen Schlag bist, mit anderen Gedanken, anderen Bedürfnissen. Ich werde nie vergessen, was du mir gesagt hast. Von jenem Tag an habe ich mich nicht mehr um dich gekümmert. Ich habe dich nicht getötet, weil ich dann auf der Erde keine Möglichkeit mehr gehabt hätte, herauszufinden, welches von unseren, von deinen Kindern nicht mir gehört. Ich habe gewartet, aber ich habe mehr gelitten, als du begreifen könntest, denn ich wage, sie nicht mehr zu lieben, bis auf die beiden Ältesten vielleicht. Ich wage, sie nicht mehr anzublicken, sie zu rufen, sie zu umarmen. Ich kann keines mehr auf die Knie nehmen, ohne mich zu fragen, ist es von mir? In den letzten sechs Jahren bin ich zu dir korrekt, ja, sogar weich und nachgiebig gewesen. Sag mir jetzt die Wahrheit und ich schwöre dir, ich will dir nichts tun. Er meinte, im Dunkel des Wagens zu erraten, dass sie bewegt war, glaubte zu fühlen, dass sie endlich sprechen würde und fuhr fort, ich bitte dich, ich flehe dich an. Sie flüsterte, ich bin vielleicht schuldiger, als du denkst, aber ich konnte jenes fürchterliche Leben in permanenter Schwangerschaft nicht mehr fortführen. Es gab nur ein Mittel, dich von mir fernzuhalten. Ich habe vor Gott gelogen, habe gelogen, die Hände auf den Häuptern meiner Kinder, denn ich habe dich nie betrogen. Er nahm in der Dunkelheit ihren Arm und presste ihn wie am Tag ihrer Ausfahrt in den Bois de Boulogne, während er stammelte. Ist das, ist das wahr? Es ist wahr. Doch er stöhnte vor Qual auf. Ach, ich werde weiter zweifeln und zweifeln ohne Ende. Wann hast du gelogen? Damals oder heute? Wie soll ich dir jetzt glauben? Wie soll ich jetzt noch einer Frau glauben? Ich werde ja nie wissen, was ich denken soll. Mir wäre es lieber, du hättest gesagt, es ist Chuck oder es ist Jeanne. Der Wagen fuhr in den Hof des Palais ein. Als er vor der Treppe hielt, stieg der Graf zuerst aus und bot wie immer seiner Frau den Arm, um sie die Stufen hinaufzuführen. Als sie im ersten Stock standen, sagte er, Kann ich dich noch ein paar Augenblicke sprechen? Sie antwortete, Sehr gern. Sie traten in einen kleinen Salon, in dem der Diener erstaunt die Lichter anzündete. Als sie allein waren, begann er, Wie soll ich die Wahrheit erfahren? Ich habe dich tausendmal gebeten, zu sprechen. Du bist stumm, undurchdringlich, unbeweglich geblieben. Und nun sagst du mir heute, dass du gelogen hast? Sechs Jahre hindurch hast du mich so etwas glauben lassen können? Nein, heute lügst du. Ich weiß nicht warum, vielleicht aus Mitleid mit mir. Sie antwortete offen und ehrlich. Aber sonst hätte ich während dieser letzten sechs Jahre noch vier Kinder gehabt. Er rief, So redet eine Mutter. Oh, sagte sie, ich fühle mich gar nicht als Mutter der Kinder, die nicht geboren sind. Mir genügt es völlig, die Mutter derjenigen zu sein, die ich schon habe, und sie von Herzen lieb zu haben. Wir sind die Frauen der zivilisierten Welt. Wir wollen nicht mehr nur Weibchen sein, die die Erde bevölkern. Sie erhob sich, aber er nahm ihre Hand. Ein Wort, Gabriel, nur ein Wort, sag mir die Wahrheit. Ich habe sie dir eben gesagt. Ich habe dich nie betrogen. Er sah ihr ins Gesicht. Sie war so schön, mit ihren grauen Augen, einem kalten, klaren Himmel gleich, mit ihrer dunklen Frisur, wo in der Nacht das Diamant-übersäte Diadem in ihrem schwarzen Haar wie eine Milchstraße leuchtete. Da fühlte er plötzlich durch eine Art Eingebung, dass dieses Wesen nicht mehr nur eine Frau war, die bloß Nachkommen hervorbringen sollte, sondern das seltsame Produkt all der komplizierten Wünsche, die sich seit Jahrhunderten in uns angesammelt haben, die sich vom primitiven göttlichen Ziele abgewendet haben, einer mystischen, unfassbaren Schönheit entgegen. Es gibt jene Wesen, die nur für unsere Träume blühen, geschmückt mit allem, was die Zivilisation an wunderbarer Poesie, Koketterie und ästhetischem Liebreiz über die Frau ausgestreut hat, lebendige Ikonen, die ebenso geistige Wünsche erregen, wie sie sinnliche Begierden reizen. Der Gatte stand vor ihr, ganz verdutzt über diese späte, dunkle Entdeckung, die an den Grund seiner früheren Eifersucht rührte und verstand das alles gar nicht zurecht. Endlich sagte er, ich glaube dir, ich fühle, dass du in diesem Augenblick nicht lügst, während ich früher immer das Gefühl hatte, du würdest lügen. Sie streckte ihm die Hand entgegen. Also, dann sind wir Freunde? Er nahm ihre Hand, küsste sie und antwortete, wir sind Freunde. Danke, Gabriel. Dann ging er hinaus, ohne den Blick von ihr zu lassen, betroffen darüber, dass sie immer noch so schön war, wobei ein seltsames, neues Gefühl in ihm aufstieg, gefährlicher vielleicht als seine frühere, einfache Liebe. Vielen Dank.